Ja, hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch, seid gesegnet. Heute mache ich eine Sondersendung, sitze in meinem Garten und es geht um den 8. April. Das berühmte Datum, das vielerseits zitiert wird, viele Berichte, viele Informationen und vor allen Dingen viele, die in die Angst gehen. Viele, die Panik machen. Thema, die Zern, NASA, Dunkelheit. Aber das ist der Sinn. Der Sinn ist es natürlich immer, Chaos zu stiften. Hört nicht auf diese Nachrichten. Wir hatten Besuch von einem mächtigen Elohim, der mit uns gesprochen hat. Und was der über den 8. April sprach, das möchte ich euch jetzt hier und heute mitteilen. Es wird hoch, hoch spannend. Ich freue mich riesig. Jetzt geht's los. Ja. 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 Ja, ihr Lieben. 8. April, Sonnenfinsternis. Eigentlich hat's schon viel früher begonnen. Unsere Information ist, dass bereits am 4. April, also vorgestern, die Energien stark, stark zugenommen haben. Wenn also jetzt Menschen starke Emotionen verspüren, Dinge hochkommen, transmutiert werden wollen, dann hängt das auch natürlich mit diesem 8. April zusammen. Die Menschen denken oftmals, die rein im Logos, rein im Verstand sind, naja, eine Sonnenfinsternis ist eine Sonnenfinsternis. Da schiebt sich der Mond davor und dann wird es die Sache erledigt. Aber so einfach ist das nicht. Ich meine, man erzählt uns, dass die Sonne 400 Mal weiter weg ist als der Mond und nur deshalb exakt gleich groß am 4. Moment erscheint. Das ist alles kein Zufall, ihr Lieben. Es ist kein Zufall, dass sie am Himmel die exakt gleiche Größe haben. Ihr wisst, ihr habt mein Mondvideo gesehen, dass der Mond nicht das ist, was wir erzählt bekommen. Das ist eine ganz andere Aufgabe. Hat, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Die Sonne, ihr Lieben, ist nun mal die Herrscherin der Herrscher. Die Sonne, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, dass ich auch ja nichts vergesse, was ich mir aufgeschrieben habe. Die Sonne kommuniziert aktuell im Zuge des orchestrierten kollektiven Massenaufstieges, kommuniziert mit allen anderen Sonnen. Auch mit der Innererdesonne, Thema Giuliana Conforto, das Sonnenkind, sehr interessantes Buch und ist in Form der schwarzen Sonne auch ein ur-ur-uraltes Symbol. Im Licht der Sonne ist Gottes Energie gespeichert. Was passiert jetzt nun, wenn diese Sonnenfinsternis kommt und der Mond sich vorschiebt? Ihr könnt euch das vorstellen, wie ein Mensch, der meditierend auf seinem Platz sitzt, tief Luft holt und ausübt. Der Mond schiebt sich davor, die Sonnenenergie wird gesammelt, der Mond geht wieder weg und die Sonne gibt einen Impuls. Es ist ein Ausatmen, könnte man sagen. Stecker rein, stecker raus. Es ist wie der Reset eines Computers. Es geht um die DNA, es geht um das Bewusstsein, da kommen wir gleich zu. Aber sprechen wir erstmal über das Grundlegende, bevor wir zu der Botschaft des mächtigen Elohim kommen, der uns besucht hatte. Und zwar vorgestern. Ihr wisst alle, ich predige es seit Jahren rauf und runter, die Dunkelheit kann nichts erschaffen. Sie ist nicht Schöpfer. Sie entspringt der einen und allen Urkraft, wie alles, Licht und Schatten. Aber die Dunkelheit braucht uns. Sie braucht die Menschen und deswegen sind sie darauf angewiesen, zu manipulieren. Sie sind darauf angewiesen, uns in der Angst zu halten. Und deswegen ist es ganz wichtig, raus aus der Angst zu gehen. Viele Beiträge existieren im Moment, die genau das Gegenteil tun. Sie wollen uns auf die dunkle Seite ziehen. Lasst das bitte nicht mit euch machen. Sie wollen nämlich verhindern, dass unser Bewusstsein aufsteigt im Kollektiv, auch individuell. Sie wollen unsere Energie nutzen und transmutieren. Genau das ist das Ziel, dass wir persönlich jeder Einzelne verhindern können. Ihr seid machtvoll, seht ihr? Ihr seid kraftvoll. Ich meine, ganz ehrlich, es ist doch kein Zufall, dass NASA jetzt drei Raketen hochschickt, dass CERN angeschaltet wird am 8. April. Warum macht man das? Es gibt schon 100 Beiträge, ihr wisst es selbst. Diese Raketengeschichten werden Apep genannt. Das ist der Gott des Chaos im Ägyptischen. Das hat alles dann einen Grund, warum sie das tun. Es geht im Prinzip immer nur darum, dass sie mit aller Gewalt versuchen wollen, den kollektiven Aufstieg der Erde und des Kosmos zu verhindern. Das können sie aber nicht. Dennoch tun sie es. Warum tun sie es? Es ist relativ einfach. Selbst bei guten Menschen, bei sehr guten Menschen ist es oft so, wir können oft an alten Verhaltensmustern oder an alten Dingen nicht loslassen. Wir halten gerne fest. Und gerade die Dunkelheit hält natürlich gerne an der Dunkelheit fest. Und sie weigert sich, wieder zurück ins Licht zu gehen. Das wäre ihr Tod, ihr existenzieller Tod, der Dunkelheit. Deswegen braucht die Dunkelheit auch Instrumente, weil sie die Macht nicht hat, die Schöpferkraft wie CERN. Zum Beispiel wie die NASA. Und wie vieles andere, damit wir manipuliert werden. Denkt dran, Licht ist unendlich. Dunkelheit ist endlich. Licht ist Ordnung. Gott ist Ordnung. Dunkelheit ist Chaos. Genau wie diese Statue der Shiva ja vor CERN steht. Ich würde sie jetzt nicht als Göttin der Zerstörung bezeichnen, sondern eher als Göttin der Transformation, der Erneuerung. Aber welche Erneuerung? Das ist natürlich die Frage. Sie wollen einfach ihre Endzeit-Apokalypse-Szenarien durchziehen. Sie kriegen es aber nicht hin. Sie wollen die Dunkelheit auf der Erde etablieren. Sie wollen die Dunkelheit dieser vier Minuten nutzen, um die Dunkelheit auf Erden zu etablieren. Sie wollen ein Tor erschaffen, durch das Dämonen kommen können hier auf die Erde, weil die Hölle bereits zugefroren ist, um den Kollektivaufstieg zu verhindern. Das aber, das hat Looking Class gezeigt. Da hatte ich ja auch schon Interviews mit Frank Jacob. Die Zeitlinien jetzt verschmelzen mit Dr. Monika Hisler-Pastner. Das wissen wir. Dass die Zeitlinien zu einer einzigen verschmelzen und dass das Ende bereits eigentlich vorbestimmt ist. Sie wissen, dass sie verloren haben, aber dennoch müssen sie ja an ihren alten Mustern festhalten. Vielleicht ist die Hoffnung bei ihnen ja noch da, das Ruder in die Dunkelheit herumzureißen. Das sehe ich aber nicht. Und dazu auch gleich noch bei der Botschaft des Elohim wird das bestätigt und unseren eigenen Channelings. Wisst ihr, es gibt Leute, die wollen einfach die Schulklasse 9b auf der Erde wiederholen. Die wollen nicht in 5d gehen. Mag alles gut und schön sein. Es ist eine stimmige, individuelle Entscheidung eines jeden selbst. Denn der freie Wille, der wurde uns gegeben, eines Menschen ist unantastbar. Aber versucht es nicht so zu tun, dass ihr andere mit in den Abgrund zieht. Okay? Das ist der entscheidende Punkt. Ja, ihr könnt eure Schulklassen gern in welchem Paralleluniversum oder auf welchem Planeten auch immer wiederholen, aber nicht mehr hier. Punkt. Ausrufezeichen. Sie weigern sich natürlich ins Licht zurückzugehen, weil sie kommen letztlich auch aus dem Licht und am Ende will auch die Dunkelheit wieder ins Licht. Das ist genau das. Ja. Wir haben aktuell eine unglaublich tolle Unterstützung. Wir haben die Unterstützung der Galaktischen Föderation. Wir haben die Unterstützung der Anunnaki. Wir haben die Unterstützung des Hohenkarmischen Rates Lichts. Wir haben sämtliche Unterstützung. Diese Botschaften erreichen uns immer wieder. Und von daher sehe ich dem sehr entspannt entgegen. Und genau das ist das, was wir hier auch tun sollten, in den nächsten Tagen. Relax. Bleibt entspannt. Aber ganz, ganz wichtig. Ich wiederhole es nochmal, wie es Zaratustra sagte. Gute Gedanken, gute Worte, gute Taten. Ganz, ganz wichtig. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und gerade jetzt, wo die Dunkelheit etablieren will, in die Dunkelheit zu gehen, in Ängste, in negative Emotionen, würde sie füttern. Okay. Also füttern wir sie nicht. Wir sind machtvoll. Wir sind kraftvoll. Wenn wir es nicht tun, kann uns überhaupt nichts passieren. Null. Nada. Niente. Das ist entscheidend. Wir haben die Macht. Du hast die Macht. Ich habe die Macht. Denn wir sind Schöpferwesen. Und sie brauchen unsere Energie. Das ist der Punkt. Aber sie können sie nur bekommen. Wenn sie uns auf ihr Resonanzniveau herunterziehen, lassen wir es einfach nicht mit uns machen. Ganz einfach. Begib dich nicht auf ihr Niveau. Ihr wisst, wo Licht ist, hat Finsternis keinen Platz. Das wussten schon die alten Babylonier. Ihr wisst, im alten Babylon konnten die Leute, Thema Turmbau zu Babel, völlig falsch dargestellt, sie wollten sich nicht gottgleich machen. Gott wirkte durch sie, weil sie konnten telepathisch kommunizieren. Alles, was sie sich vornahmen, konnten sie in Materie verwandeln. Sie waren Schöpfer. Und das war dem Gott der Eifersucht, des Blutrünstigen, der Machtsucht, Kriegsgott Jahwe, der auch falsch betitelt ist, weil Jahwe ist eigentlich kein negativer. Eigentlich war es Enlil. Deswegen wurde der Turmbau zu Babel gestoppt, beziehungsweise das Volk gespalten und die Sprachen zerstreut. Das war von der dunklen Seite initiiert, nicht von der guten Seite. Wir werden immer wieder mit verdrehten Tatsachen konfrontiert. Dazu habe ich Videobeiträge gemacht. Jede Menge. Die könnt ihr euch ansehen. Also, wir wissen, dass die Anunnaki uns die Emotionen verliehen haben. Also nutzen wir sie. Wir sind, es ist nun mal so, wir sind Mischwesen. Wir sind eine Mischung aus vielen verschiedenen Rassen, die irgendwann mal auf die Erde gekommen sind. Also im fleischlichen gesehen aus verschiedenen Wesenheiten. Aber das bedeutet nichts Negatives. Ja, wir waren Genexperimenten unterlegen. Aber eins haben wir. Und das wurde uns verliehen. Den göttlichen Schöpferfunk. Und den haben nicht alle. Und deswegen ist die Menschheit so zentral und wichtig, nicht nur in diesem Sonnensystem, sondern in dieser kosmischen Konstellation. Werden wir uns unserer Wichtigkeit? Werden wir uns unserer Größe? Werden wir uns unserer Macht? Werden wir uns dessen all wieder gewahr und bewusst? Genau deswegen existiert ja auch die Dualität hier. Weil das verhindert werden soll auf einer anderen Seite. Wenn wir nicht so wichtig wären, wenn jeder einzelne von euch nicht so wichtig wäre, würde die Dunkelheit hier nicht wirken. Das wäre denen total egal. Also, denk dran. Wir sind der Schöpfer. Wir sind das Licht. So, und jetzt kommen wir zu der Botschaft. Wir saßen vorgestern Abend zu Hause und ich bekam wieder eine Nachricht einer guten Freundin von mir, dass gerade jetzt momentan, ich schreibe gerade ein Buch über jemanden ganz, ganz wichtig biblisches und korrigiere die Geschichte, in dem wir ihn neu beseelen und einen neuen Wahrheitsgehalt hineinbringen. Und im Zuge dessen sitzen nicht nur die Protagonisten selbst, in mir, bei mir, neben mir, sondern auch ein großer, mächtiger Elohim, der mir in die Ohren flüstert und mich führt. Und das gelingt ihm sehr gut. Ich höre nicht immer, aber meine Intuition durch das intuitive Schreiben bringt es zum Ausdruck. Also, es wird durch mich geschrieben. Ich schreibe ja eigentlich gar nicht selbst. Auf jeden Fall war er an dem Abend auch sehr präsent. Ich habe Gänsehaut gekriegt am ganzen Körper. Ich wusste, es ist jemand da. Pfeifen speziell im rechten Ohr, sehr hoher Ton. Und meine Frau hat ihn auch direkt wahrgenommen. Und wir konnten mit ihm kommunizieren. Das war sehr, sehr spannend. Er hat uns einige, oder auch viele, private Botschaften durchgegeben, die jetzt hier keine Rolle spielen. Aber es waren zwei, drei Dinge dabei, die vielleicht wichtig sind zu erwähnen, weil es geht genau jetzt und diese Zeit. Es geht um den 8. April. Also, die Botschaft oder die Frage von uns war, warum gerade über Nordamerika? Warum diese Schräge von links unten nach rechts oben der Verdunklung der vollständigen Sonnenfinsternis in Nordamerika? Warum nicht woanders? Die Antwort war, weil es geologisch wichtig ist. Es werden scheinbar in der Erde technisch innerhalb der Erde Dinge aktiviert werden. Es muss große Kristalle innerhalb der Erde geben, in tieferen Tiefen, die wieder aktiviert werden und eine große, positive Energie freisetzen. Denkt an das Buch von Giuliano Conforto, die sagt, die Erde hat einen kristallinen Kern. Denkt an die Hohlerdeterrierie von Euler und von vielen anderen anerkannten Wissenschaftlern. Selbst Newton sprach darüber, es gibt große Kristalle in der Innererde, die wieder aktiviert werden. Zweite Botschaft war, es geht um unsere DNA. Es geht um unsere Genetik, die weiter Richtung zwölf Strang DNA ausgebaut wird. Dritte Botschaft. Es geht darum, dass unsere neuronalen Netze zum Teil neu verknüpft werden. Ihr könnt euch das vorstellen, Dunkelheit kommt, Sonne kommt wieder. Das ist wie, als wenn ihr kurz euren Computer abschaltet, drückt einen Reset-Knopf, macht einen Kaltstart wieder und es startet euer Betriebssystem neu. Und so ähnlich wird es hier auch gesehen. Wir spüren das jetzt nicht vielleicht in der 3D-Welt. Menschen, die aber fühlig, spürig sind, werden mit Sicherheit diese Effekte wahrnehmen, aber es geschieht auf sehr subtile Weise. Im Prinzip ist es eine Art Neuprogrammierung unserer neuronalen Netze, Bewusstseinsanhebung, Bewusstseinserhöhung Richtung 4 und 5D. Das heißt, das, was jetzt passiert, ist etwas Positives, ihr Lieben. Da kommt keine Apokalypse und die sieben Reiter. Ihr wisst, dass ich der Meinung bin, dass die Johannes-Offenbarung sowieso eine erfundene Geschichte ist, aus alten, anderen Geschichten, vielen anderen, denken wir an Ragnarök und so weiter. Dieses Evangelium ist geschaffen worden, um uns in der Angst zu halten. Es ist in mittelalterlichen Schreibstuben von Menschen entstanden. Okay? Es ist bewusst auch hinein mitgenommen worden, in die Heiligen Schriften. Warum? Ja, um die Angst zu fördern. Weil auch die Religionen dazu dienen, uns zu kontrollieren, Macht auszubauen. Kriege, Tötungen, Kreuzungen, Verbrennungen, Hexenverfolgungen im Namen eines Gottes zu machen, den es so, wie sie ihn sich vorstellen oder predigen, nicht gab und nicht gibt. Bewusstseinserhöhung. Kristalle in Innererde, die mit uns kommunizieren, werden wieder aktiviert. Die DNA wird weiter umgebaut. Deswegen ist das, was jetzt passiert, ein Puzzlestück. Ein großes Puzzlestück. Dessen, was wir den kollektiven Aufstieg in der jetzigen Zeit oder als diesen großen kollektiven Aufstieg sehen. Es ist ein Teil davon. Okay? Ganz wichtig. Nächste Botschaft. Ich hatte ja Videos gemacht über den Mond. Zwei Stück. Und da ging es ja auch darum, dass der Mond nicht das ist, was er zu sein scheint. Und hier kam eine unglaublich interessante Botschaft. Denn auch er spielt jetzt im kosmischen Aufstieg auch eine zentrale Rolle. Er wurde über Jahrtausende als Kontrollinstrument genutzt, uns im Dunkeln zu halten. Er wurde so programmiert, dass er unsere Hormone beeinflusst, dass er unsere Stimmungen kontrolliert. Das können viele bestätigen. Ich bin sogar der Meinung, dass er dann so programmiert wurde, dass er unser Alter bestimmt. Nach der Sintflut wurden wir nur noch maximal 120. Vorher 7, 8, 900. Wie macht man das? Genetisch eine Möglichkeit, über Frequenzen eine andere Möglichkeit. Und dazu ist dieser Satellit, den wir da oben haben, dieser nicht-natürliche Himmelskörper, wunderbar geeignet. Der wird gerade umprogrammiert. Diese Botschaft hatten wir öfter bekommen, aber es war noch nicht so fix. Jetzt kam die Botschaft tatsächlich, dass man dazu Codes benötigt. Und den Mond, wir müssen ihn also nicht zerstören. So war es ja in dieser Botschaft, als ich im letzten Video gesprochen habe, dieses Chani-Projekt, auch ein Teilchenbeschleunigerprogramm, und Projekt in Afrika, wo diese Wesenheit aus einer Parallelrealität mit Wissenschaftlern sprach und sagte, sie hatten ihren eigenen Planeten Mond zerstört, um die negativen Energien zu eliminieren. Wahrscheinlich brauchen wir das gar nicht. Es reicht, wenn wir jetzt den Zugriff bekommen, oder nicht wir, sondern diejenigen, den Zugriff bekommen, die dafür auserwählt wurden. Und das sind tatsächlich die Anunnaki. Viele erzählen immer, die Anunnaki, das sind die Bösen. Nein. Wenn ich einem bösen Menschen begegne, ist nicht die ganze Menschheit böse. Auch hier gibt es natürlich, wie bei den Pleiadern auch, gut und böse. Da gibt es auch die Dualität, okay? Also, die Good Guys, die guten Jungs, die Lightful Workers, die sind gerade dabei, die Lichtarbeiter dort, die extraterrestrischen, der Anunnaki, den Mond umzuprogrammieren. Das ist Teil ihres Jobs. Die brauchen aber Codes. Sie bekommen sie zum Teil. Und jetzt wird es interessant. Die Botschaft von diesem Elohim, der bei uns war, sagte, durch meine Frau, es gibt ganz viele Menschen auf der Erde, die tragen diese Codes in sich. Verschiedene. Wie eine Art Bundeslade, okay? Ein heiliger Gral der Codes. Sie wissen zum Teil, nicht, da sie es in sich tragen. Es sind uralte Seelen. Aber sie sind und werden jetzt wie mit einem Band, mit dem Mond verbunden, ein energetisches Band und übertragen diese Codes an die verantwortlichen Stellen. Das heißt, diese Träger dieser Codes agieren teilweise unbewusst. Es erscheinen vielleicht kleine Menschen zu sein, die aber eigentlich große Helden sind mit dem, was sie unbewusst tun oder was ihr Sein als Seele ist. Die Codes werden übertragen. Es kam noch die Botschaft, dass es sich meistens auch um Menschen handelt, die einmal in Atlantis und in Avalon als Mondsäulenwächter tätig waren. Wer von euch also weiß, dass er schon mal als Mondsäulenwächter unterwegs war, könnte wahrscheinlich davon ausgehen können, dass er auch Träger dieser Codes ist. und sie öffnet euch jetzt wieder übergibt, dass wir wieder umprogrammieren können. Auch unsere DNA, das heißt auch hier wieder, die Telomere verlängern sich wahrscheinlich, wir werden wesentlich älter. Vielleicht können wir das altern, wie Scary K. sagt, wieder um die 30 zurücksetzen nach dem kompletten kollektiven Aufstieg. Vielleicht geschieht es aber auch begleitend über diese Energie, dass wir wieder in den ursprünglichen Zustand unserer Telomere kommen können, nämlich dass sie sich langsamer verkürzen. Es gab ja dieses Projekt des russischen Wissenschaftlers, über das Dieter Bröhrs auch schon sprach, wo ich glaube 30.000 Probanden vom Erdmagnetfeld abgeschirmt wurden, also vom Erdmagnetfeld weggeholt wurden. Es gab keines. Und das Ergebnis war, fast alle konnten telepathisch kommunizieren, kommunizieren miteinander, so wie das in Babel war, in Babylon. Und ihre Genexpression hatte sich verändert. Es waren die Anzeichen dafür da, dass sie wieder älter werden. Das heißt, wir haben auch den wissenschaftlichen Ansatz dafür, ihr Lieben. Okay? Unglaublich. Zum Abschluss. Noch eine Botschaft. Ich hatte letztens in meinem vorletzten Video gesagt, dass die Kreuzigung Jeshuas, obwohl es eigentlich gar nicht so wichtig ist, er hat ja eh überlebt, aber energetisch gesehen, am einem 7. März war. Diese Botschaft hatten wir bekommen. Jetzt war es so, es gibt ja keine Zufälle und es ist unglaublich, was geschehen ist. Es gab einen Kommentator unter meinen Videos, der schrieb, Hans-Peter, dein Video war grandios, aber das Kreuzigungsdatum war der 7. April, nicht der 7. März. Also fast richtig, aber nicht ganz. Jetzt könnte man sagen, knapp vorbei ist auch daneben, aber eigentlich war es nicht so. Das hat ein Siegel gebrochen, ein Siegel gelöst, diese Informationen. Deswegen danke an diesen Kommentator, weil du hast etwas losgetreten damit. Vielen herzlichen Dank. Danke, danke, danke aus vollstem Herzen. Denn als die Botschaft kam mit 7. März, kam tatsächlich zuerst 7. April. Jetzt ist es aber so, das wissen vielleicht nicht viele, dass der 7. April, das ist ein Tag vor dem 8., denk dran, vor der Sonnenfinsternis, ein ganz spezielles Datum für unsere Familie ist. Ein wichtiges Datum, auch in vielen Inkarnationen. Und wir dann gedacht haben, das kann nicht sein, dass dieses Datum schon wieder erscheint. Und unser Verstand hat den 7. April weggedrückt. Kann nicht sein. Ja, das müssen wir uns einreden, weil das ist das Datum für uns oder eines unserer wichtigen Daten im Jahr. Und dann kam der 7. April. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sie am 7. April geplant war. wurde aber verschoben auf den 7., also 7. März geplant war und wurde verschoben auf den 7. April. Also der 7. April ist richtig. Danke an den Kommentatoren. Es war auch die erste Information, die wir erhielten, aber nicht für möglich halten wollten. Ja, ihr seht, das Iridische greift auch hier wieder zu. Ja. Tsch, tsch. Und deswegen korrigiere ich mich jetzt gerne. 7. April. Und das ist ein Tag vor dieser berühmten Sonnenfinsternis. Überlegt es euch. Es hängt alles miteinander zusammen. Das heißt, die Christus-Energie spielt bei dieser Sonnenfinsternis auch eine elementare Rolle. Wow. Ich finde es Oberhammer. Ich finde es richtig genial. Es passt alles mal wieder zusammen. Im Deutschen würde man sagen, wie Arsch auf einmal. Es ist einfach wundervoll. Es ist wunderschön, was gerade passiert und seht es genauso. Seht es als Lichtarbeit, was gerade passiert, als kosmische Unterstützung, als Gehhilfe den 8. April und die Folgen des 8. Aprils in unserem kollektiven Bewusstseinsaufstieg. Und lasst euch auf gar keinen Fall von irgendwelchen anderen Videos, weil auch die spirituelle Szene massiv unterwandert ist. Lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen und lasst euch da nichts einreden. Bleibt im Licht, bleibt in der Liebe, öffnet euer Herz, schenkt ihm einfach vielleicht gar nicht zu viel Beachtung mit dem, was da passiert. Habt einfach einen wunderschönen Tag voller Friede und Freude. Ja? In diesem Sinne, seid gesegnet, Danke, danke, danke und ich freue mich auf die nächsten Tage. Hoffe ihr auch jetzt. Bis später.